Ich war nie dabei, dass es dann nach meiner Zeit kommt. Das ist Frankie erzählt worden. Warst du eigentlich lieber Trainer oder Spieler? Eigentlich Spieler. Dann verlierst du dreimal hintereinander, dann saufst du dich an mit 1,2 Promille und du hast keinen Kopfweh am Montag, wenn du zum Training kommst und der Trainer hat die ganze Woche schnellweh. Aber das hat es nur früher gegeben, das ansaufen, oder? Ich war nie dabei, dass es dann nach meiner Zeit kommt. Das ist Frankie erzählt worden. Ich war nie dabei, dass es der Tag her dasselbe, wenn ich mich nicht um Beschreibst, Dann schau ich, dass ich mich nicht umschneiden.